So, unser Auto ist schon da. Jetzt geht es zum Topgolf. Hallo Leute, jetzt sind wir endlich beim Topgolf angekommen. Und zwar geht es ziemlich laut. Wir müssen ganz oben. So Leute, wir sind jetzt endlich am Start. Gleich geht es los. Wir sind beim Topgolf und der Martin wird seinen ersten Ball schlagen. Wir haben hier gerade schon... Und... Ja, klar! Oh! Auf die Plätze, fertig! Uh! Fast! Fast! Sehr gut! Jetzt der nächste! Ja, geil! Mach mal! Bravo! Noch nicht als zweite, aber... Oh! Sehr gut! Wir müssen uns ja noch verbessern können. Der Opa fängt an! Der legt sich den Ball hier. Jetzt zeig, was du drauf hast! Jetzt zeig mal! Das war ein neuer Tor! Das war ein neuer Tor! Das war ein neuer Tor! Alex! Mit Schwung! Ja, ich gebe alles! Mach alles! Ja! Der alte Flexer muss erst mal hier in einem Stopp nehmen! Der alte Flexer muss erst mal hier in einem Stopp nehmen! Lena, zweite Runde! Du musst den Ball treffen! Du musst den Ball treffen! Und eins, zwei und zwei! Ja! Jetzt volle Möhre! Ja, ich bin schnitt! Oh! 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 Oh, oh! Es gibt hier noch ein paar Instructor-Kurse. Gut! Er hat schon geworfen ein paar. Ich wollte gerade das anmachen. Okay, wir machen jetzt eine Wiederholung. Mama, Wiederholung geht's! Jetzt aber! Mama, Mama! Pauli, die hat sich ziemlich schnell geschenkt. Ich bin Mori! Nele, jetzt sind wir noch mal viele Teile! Ja! Wir haben noch mal bei uns! Das war Top 0 für mal. War sehr witzig, war sehr lustig. Es hat mich schon ein bisschen an Bowling erinnert. Ich kann es wirklich empfehlen Leute, wenn ihr in Dubai seid, macht das auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao.